Die Zeche Zollverein Essen ist UNESCO-Welt-Erin. Und wird auch als Eiffelturm des Ruhrgebiets bezeichnet. Von 1851 bis 1986 war die Zeche Zollverein ein aktives Steinkohlebergwerk in Essen. Zusammen mit der unmittelbar anschließenden Kokerei Zollverein gehört die Zeche seit 2001 zum Welterbe der UNESCO. UNESCO bedeutet übrigens Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Zollverein ist Ankerpunkt der europäischen Route der Industriekultur und Standort für Kultureinrichtungen und der Volkbank Universität der Künste. Das weitläufige Hauptgelände der Zeche Zollverein mit den Anlagen Schacht 12, Schacht 1, 2 und 8 liegt im nordöstlichen Essener Stadtteil Stoppenberg. Auf der Zeche Zollverein wurden diverse Filme gedreht oder die Zeche A10 Hintergrund gewählt. Dazu gehören die Produktionen, alles was zählt, der Superstau, das Wunder von Bern und die Frühreifen. Unser Spaziergang verläuft über das Gelände der Kokerei und auf dem Gelände rund um den Förderturm am Haupteingang. Eine Außenbesichtigung des gesamten offenen Geländes ist ständig möglich. Vom Besucherzentrum aus werden auch Führungen im Innenbereich angeboten, die teilweise von ehemaligen Bergleuten geleitet werden. In der ehemaligen Kohlenwäsche befindet sich heute das Ruhrmuseum. Die Dauerausstellung zeigt mit 6000 Exponaten die Geschichte der größten Industrieregionen der Welt. Im Museum können öffentliche Führungen und individuelle Führungen gebucht werden. Ende 2012 wurde um die Zeche und die angrenzende Kokerei der Zollverein Park für die Bevölkerung und die Touristen eröffnet. Die 3,5 Kilometer lange Ringpromenade ist für Spaziergänger, Familien und Radfahrer ein beliebter und erholsamer Rundkurs. Es gibt Bänke, Picknippplätze und diverse Aussichtspunkte. Die Kokerei Zollverein in Essen war von 1961 bis 1993 aktiv und galt zur damaligen Zeit als die modernste Kokerei in Europa. Aufgrund der Stahlkrise in den 1990er Jahren und der geringen Koksnachfrage wurde die Kokerei am 30. Juni 1993 stillgelegt. Die Anlage sollte nach China verkauft werden, doch es kam nicht zu einem Vertragsabschluss. Heute steht die Kokerei unter Denkmalschutz. In der Kokerei gibt es unter anderem ein Café-Restaurant, das Werksschwimmbad und eine Eisbahn auf dem wassergefüllten Druckmaschinen-Gleis. Auf dem Gelände sind interessante Spaziergänge in einer tollen Industriekulisse möglich. In einer Kokerei wird übrigens aus Kohle mittels eines trockenen Destillationsverfahrens Koks und Rohgas erzeugt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020